hallo herzlich willkommen youtube bei eurem commander und herzlich willkommen zu einem richtig geilen game und zwar zu rocket league das ganze gibt es momentan kostenlos im playstation store für alle psn plus nutzer und das haben wir untergeladen und heute wird gespielt leider sind die server noch da und deshalb habe ich mir den 1 des bin hier über shareplay an den startkultag des bin was geht ab und wir spielen hier gemütlich mal eine 1 gegen 1 runde ich bin links ich bin ja ich gehe links du gehst nach rechts so recht das heißt immer nach rechts das heißt der linke dieses charismatischen fahrzeug das bin ich erst mal ein jungen ist ein zurück da guckst du da ist die kirche da ist die erste tor vom commander krieger ja autofußball liebe freunde hier siehst du es palm der konter traumhaft gemacht von eurem commander krieger gar nicht angucken machtlos ist er da der eides bin ja hochmut kommt vor dem fall liebe freunde 1 0 für den commander ziemlich simples spiel und da hier als vergeben war da krieg ich ja gar keinen der mir hilft gleich jemanden bleiben wasser durch jetzt fliege kriegst aber eine erst mal oder halter woch ne doofes drecksfahrzeug muss man links ja das war geld habe ich kein torwart opfer das für opfer da ist die kirche da ist die kirche unbesiegbar der mann mit dem heiligen schein mit dem geiler hier siehst du mich noch mal ja natürlich wird es auch noch mit mehreren spiel das heißt robert und so leider sind momentan die server dauern gegen bot spielt nur so nebenbei ja mal als die geistes versuchen so und ja weil du ich kann es kommen ich lass dir mal bei kommen hier das mal das mal mit vollgas dagegen fahren kommt also auf jeden fall ihr könnt es euch kostenlos runterladen im store wir werden es auch ich denke mal ein bisschen ist wir sind momentan heißt darauf als erwartet wir sind momentan nicht heiß auf das spiel problem ist nur dass die server gestern gewartet worden sind nein warum springen zauberei 5 euro 5 punkte für zauberei das mir ist geburt erstmal nein jetzt hat der boost jetzt hat der boost kommt selbst vorlage hier und dann ja da ist es mal verschiedene möglichkeit man kann hoch springen so ein bisschen einfach so dumm gegeneinander fahren ja erst mal ein paar also falsche richtung das richten so natürlich ist es jetzt hier im jetzt bin ich komme natürlich kann man 1 gegen 1 2 gegen 2 3 gegen 3 und 4 gegen 4 spielen es gibt eine liga also es ist jetzt gerade für die für die playstation frisch rausgekommen wie gesagt ps bloß könnt ihr euch runterladen ich glaube es müsste es jetzt zumindest ja es ist kostenlos diesen monat wenn ich mal treffen das bin nein jawohl 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 ich hab dich nicht gesehen das war dein glück ohja man startet hier auch immer ein bisschen anders ist klar der gott das war gut 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 damit dann macht er das mit den entscheidenden fehler ja nein ach nö ey lol was für ein mongoball ey 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 das ist mal einer ey das ist mal ein abhauernder krieger hoch in der decke aaah die zeit boah ja dickes ding nein hässliches kind hässliches kind ach nö ich spring dann vorbei jawohl 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 du missgeburt 5-3 48 Sekunden wird hier nur aufgeholt ey man ja den mach ich dir locker rein jetzt von da den mach ich dir ganz locker rein jetzt ich mache den locken der Mainzer die Mainzer der Mainzer der Mainzer der Mainzer der Mainzer der Mainzer so jetzt müssen wir verteidigen freunde jetzt müssen wir verteidigen starke rettung starke rettung aber käme also von mir ja man kann sich halt nach vorne ich zeige es euch machen kann sich halt so noch ja ganz erste zeit nach hier so vorne springen dass man da ein bisschen spielt nein das habe ich nicht mehr weg wir haben man kommt ja mit voll bus an auch eine erholen sein ja und man kann halt schöne sachen wie ein propeller kopf und so freischalten oder zylinder und davon dürft ihr euch sicherlich auf ein paar spiele freuen weil die ganze bagage von uns hat runtergeladen 6 3 ist die erste runde jetzt ausgegangen gegen des bin aber es war auch unfair da glaube ich auch ein bisschen gedeckt also rechts habt ihr ja also rechts habt ihr das links war ich oder umgekehrt ich weiß gar nicht mehr ist ja auch egal ja davon dürft ihr euch ein bisschen freuen das wird sensationell hier vorne ich freue mich drauf und schlusswort kriegt der ich bin jetzt ein liebes schlusswort ich bin zahlen danke